Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren und die ich hiermit herzlich einlade. Worum geht es also heute? Ihr seht es, wir haben es wieder mal mit Schuhen zu tun, allerdings diesmal nicht mit den Schuhen an sich, sondern mit dem, was drinnen steckt, nämlich unseren Füßen. Und der eine oder andere mag ja dieses Gefühl oder diese Gerüche manchmal schon zu erriechen, wenn man irgendwo eine Wohnung betritt, sei es die eigene oder bei Bekannten, bei Freunden, wie auch immer. Und da sind eben halt Personen verschiedenen Alters und Geschlechter anwesend, gerade zum Beispiel auch bei Familienfeiern, wo man vielleicht eingeladen ist, wo man auch die Schuhe ausziehen sollte. Und mitunter liegt dann so ein leicht herber oder auch mal ein ein bisschen beißender Geruch in der Luft. Woran liegt es? Werden sich bestimmt schon mal die einen oder anderen Eltern sowieso gefragt haben. Alles hat natürlich irgendwo seine logische Begründung und hat natürlich auch was mit der Entwicklung des Menschen an sich zu tun. Also es gibt zum Beispiel zwei große Theorien, sage ich jetzt mal. Die eine ist, wo denke ich mal doch die herkömmliche, dass man also sagt, man schwitzt, damit der Körper seine Körpertemperatur regulieren tut. Es ist also ein ganz normaler und lebenswichtiger Vorgang. Der hat jetzt nichts mit Krankheiten oder irgendwas anderes zu tun. Der muss praktisch sein, damit wir praktisch uns nicht überhitzen. Die andere Theorie besagt, dass also dieser natürliche Schweißfilm, der auf den Füßen entstanden ist, eine sogenannte Anti-Rutsch-Beschichtung gewesen ist. Nur, dass dieses im Laufe der Evolution, wir tragen jetzt also Schuhwerk, wir tragen Strümpfe, dass diese Veränderung hier oben in unserer Kommandozentrale noch nicht angekommen ist. Ich für meinen Teil halte die erste Option immer noch für die absolut realistische. Mit der zweiten tue ich mich da ein bisschen schwer, weil ich sage mal auch so an die Rutsch-Beschichtung Füße, weil ich dann immer sage, wenn ein Schweißfilm auf der Haut existiert, wird es ja auch nicht rutschsicherer, sondern dann würde ich ja sozusagen auch eher mal wegrutschen. Und deswegen stehe ich da hinter Option 2, also eher. Nun ist es ja auch im Allgemeinen bekannt, wenn ich unterschiedliche Schuhe trage, in dem einen Schuh schwitzt man eben halt mehr, in dem anderen halt weniger. Das ist auch gängig und dürfte eigentlich auch jedem Elternteil bekannt sein. Natürlich ist bekannt, dass alle atmungsaktiven Stoffe, wie Baumwolle, Wolle zum Beispiel, Leder, dass das zu den Materialien gehört, die sehr gut Schweiß aufnehmen, verarbeiten und wieder abgeben. Was natürlich immer zu ein bisschen Nachteilen gehört oder nachteilig ist, insgesamt für das Fußklima an sich, sind eben halt Gummistiefel, wie sage ich immer so schön, Füße im eigenen Saft, weil hier ist Zirkulation, Atmungsaktivität gleich null. Deswegen empfehlen wir auch prinzipiell, bitte dort atmungsaktive Socken anzuziehen und Gummistiefel bitte nicht barfuß zu tragen. Ich denke mal, das hat einzig und allein schon was mit der Hygiene zu tun. Hintergrund ist natürlich dessen, ich kann ja Gummistiefel nicht auswaschen. Ich könnte es vielleicht tun, indem ich eine Seifenlauke sozusagen hier reinfülle oder mal mit Deo-Spray sozusagen desinfiziere. Aber generell würde hier sozusagen der Restschweiß samt den ganzen Bakterien würde also hier drin verbleiben. Ist also keine unbedingt hygienische Angelegenheit. Deswegen bitte immer mit Socken anziehen und den Temperaturen entsprechend auch mal aufpimpen. Habe ich also Temperaturen unter 10 Grad, reicht die normale Baumwollsocke eben halt nicht. Dann bitte mal noch eine Wollsocke mit reinziehen. Und damit sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt, nämlich der passenden Wahl der Strümpfe. Hinzu kommt natürlich, dass jeder gerne auch mal sparen möchte und natürlich auch gerne Socken kauft, die jetzt nicht unbedingt den besten Standard haben, weil sie einfach zu viel synthetische Fasern enthalten. Hier gebe ich immer folgenden Tipp. Schaut bitte nach, dass ihr Baumwollsocken bekommt, die wirklich mindestens 75, aber wenn es geht, bitte 80 Prozent Baumwollanteil tragen oder verarbeitet haben. Am besten sind natürlich in meinem Fall, sage ich immer wieder, Wollsocken. Dünne Merino-Wolle wegen der Feinfädlichkeit ist zum Beispiel super gut. Alpaka-Socken sind super toll. Und natürlich nicht zu vergessen aus Bambusviskose, die gleichzeitig noch mit die Gerüche wegnehmen. Ist also super toll, es gibt viele Alternativen, aber ich muss natürlich sagen, die kosten halt ein bisschen was. Aber wer das also möchte, wer wirklich daran interessiert ist, oh mein Kind, ich muss dreimal am Tag mindestens die Socken wechseln, dann sollte man das also überprüfen. Socken wechseln, Schuhe wechseln, liegt es mit an der Ausstattung der Schuhe. Habe ich zum Beispiel ein synthetisches Innenfutter, sehr oft auch beliebt bei Snickern und Turnschuhen, ja dann kann ich nicht erwarten, dass dort sozusagen die Luftzirkulation durchpfeift und alles gleich mitnimmt. Nein, dann habe ich eben halt wieder diesen Effekt. Die Bakterien fühlen sich dort sehr, sehr wohl und die warten dann sozusagen wieder auf Nachschub. Im Grunde genommen ist ja auch das, was wir eigentlich ausdünsten, Wasser. Wasser in Verbindung mit dem Salzanteil und der wird eben halt sehr gerne von Bakterien eines gewissen Bakterienstammes gemocht. Die suchen sich dann praktisch immer solche kleinen Einheiten aus. Und wie schon gesagt, die Kinderfüße schwitzen ja auch. Wir haben auch schon mal festgestellt in einem vorhergehenden Video, dass also gerade auf der Fußsohle sehr, sehr viele Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter, schwieriges Wort, enthalten sind. Das heißt also, wir haben dort Schweißdrüsen, die sind da und die funktionieren. Und natürlich bei kleineren Füßen immer mehr als bei größeren Füßen. Das heißt, man sieht es auch dann teilweise an den Innensohlen. Ich zeige es jetzt mal. Also ein normal trockener Fuß würde wahrscheinlich, der Brosch kommt wieder, würde zum Beispiel also hier einen relativ leichten Eindruck hinterlassen oder Aufdruck hinterlassen. Je feuchter die Füße werden, desto dunkler werden sie. Und damit bin ich wieder beim nächsten Punkt. Bitte wechselt bei stark schwitzenden Füßen öfters die Einlegesohle. Gestaltet sich insbesondere bei Barfußschuhen manchmal ein bisschen schwierig. Gebe ich aber immer gerne den Tipp, kauft einfach eine ganz normale Ledersohle, die ein bisschen kaschiert ist. Größer natürlich muss man kaufen, weil die Barfußschuhe ja ganz anders konzipiert sind vom Auftritt her. Hinten in der Ferse und natürlich auch durch die breitere Zehenbox. Kauft einfach wertige Ledersohlen, die manchmal gar nicht so viel kosten wie ein neues Paar Schuhe, sage ich jetzt mal. Und tauscht alte, aufgebrauchte Innensohlen wieder aus. Simpel und einfach, wird aber nicht sehr oft praktiziert. Das nächste, was ich immer wieder mit dazu sagen kann, ist natürlich Schuhdeo. Desinfizierende Zerstäuber, die man jetzt also verwenden kann. Es gibt Deo-Sticks für die Schuhe, die man dort also über Nacht oder über den Abend zum Beispiel hineintun kann, die also dann wieder schlechte Gerüche aufnehmen. Und der Schuh wieder einigermaßen frisch riecht. Dann gibt es natürlich noch auch so diverse Mittelchen. Zum Beispiel Fußbädern mit Natron, mit Lavendelöl, mit Kampfer, Lotion mit Kampfer. Also es gibt eine verschiedene Bandbreite. Natürlich muss das jeder für sich selber immer ausmachen. Was ist jetzt gut für mein Kind? Aber zum Beispiel, ich sage mal, so eine leichte Fußlogen mit Menthol, die zum Beispiel auch mitkühlt, gerade im Sommer, denke ich mal, sind auch für Kinderfüße gar nicht mal so verkehrt. Kühlendes Fußbad zum Beispiel, auch super toll. Und natürlich auch so ein altes Hausmittel, Backpulver. Backpulver in den Schuh gestreut und einwirken lassen, sorgt dafür, dass der Schuh wieder schön auf natürliche Art und Weise desodoriert und frisch riecht. Weil Backpulver hat ja, man kennt es als altes Hausmittel, die Eigenschaft, schlechte Gerüche aufzunehmen wie so ein Magnet. Die andere Option ist natürlich, Schuhe auch zu tragen, so wie sie die Temperaturen hergeben. Also wenn wir es gerade mal 12, 14 oder 16 Grad haben, bitte keine Winterstiefel tragen. Das verstehe ich nicht unter dem angepassten Schuh für die jeweilige Temperatur. Weil, wenn ich einen zu warmen Schuh trage, das ist wie bei den Klamotten auch, bei der Bekleidung, ziehe ich mein Kind warm, zu warm an. Und die kleinen Mäusels sind ja aktiv ohne Ende. Dann schwitzen sie sich den Wolf. Und so ist das natürlich auch an den Füßen. Also, achtet auf eine standardgemäße Fußbekleidung. Natürlich, wenn es die Temperaturen zulassen, lasst Luft an die Schuhe, an die Füße. Mit einer Socke einen halboffenen Schuh getragen, bei 18, 20 Grad ist nicht verkehrt. Genau, lasst Luft an die Füße. Das ist immer das große Thema. Trag geschlossene Schuhe nicht zu lange und nicht bei zu warmen Temperaturen. Ist ab einer gewissen Altersgruppe schon mal ein bisschen schwierig. Weil der Teenie findet es eben halt super toll, alle zwölf Monate des Jahres mit ein und derselben Schuhform oder dem ein und denselben Schuhtyp zu verbringen. Das sind eben halt die Dinge, die tun sich dann ein bisschen schwerer, begreiflich zu machen. Aber im Allgemeinen, ich meine, solange wie Sie es dann selber dann merken, kann man ja das Kind dahin ein bisschen lenken. Alles andere, Pflegemittel und so weiter und so fort, hatte ich jetzt schon mit angesprochen. Natürlich, wenn das dann irgendwann mal eine Dimension annimmt, wo man sagt, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, hilft dann nur noch der Gang zum Hautarzt. Aber so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Tipps und Hinweise gab es ja von meiner Seite aus jetzt genug, die wir dann gerne auch noch mal vielleicht am Ende ein bisschen zusammenfassen, Punkt für Punkt. Und demzufolge hoffe ich doch, euch wieder weitergeholfen zu haben. Und denke mal, vielleicht kommt ja auch noch mal die eine oder andere Frage von euch, die ihr gerne an mich herantragen könnt. Und dann werden wir sehen, was unsere Kommentarspalte dazu hergibt. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten spannenden Thema. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.